. . . . . . . . Immer schön in den Weg stehen. Wieso auch nächstes? Wir wissen ja, dass hier auch eine Kappelsuppe kommt. Nein. S-Bahnhof, Messe Nord, ICC. Falsch kann ich sagen. Heißt eigentlich, Messe Nord in dem Nationalen Kongress-Center. Sie sagt, dass er mit der Bahnhof Nummer 4. Ah, okay. Nein. Und seit Neuestem. Ja, aber ICC ist die Abkürzung halt. Früher war eigentlich immer die ICC. Aber wie gesagt, auf der 104 heißt Messe. Messe Nord Internationales Kongress-Center. Okay. Wolltest du dich nicht verstehen? Ja, das war auch nicht. Keine Ahnung. Okay. 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 Ich bin mal dran. Ich bin mal an. Ich bin mal dran. Mmm. Ich bin mal dran. Ich bin mal dran. Denklar. Ich bin mal dran. Es gibt die 번째 Spatrenn. Ich bin mal dran. Wolltest du Mal. Masurenallee, zentraler Omnibusbahnhof. Masurenallee, zentraler Omnibusbahnhof. Masurenallee, zentraler Omnibusbahnhof. Masurenallee, zentraler Omnibusbahnhof. Haus des Rundfunks U-Bahnhof, Theodor-Heussplatz Hier aussteigen zum Impfzentrum Change here for the vaccination center Am I-S-Z-Z, Rundfunks Am I-S-Z, Rundfunks Am I-S-Z, Rundfunks Am I-S-Z, Rundfunks Die Kirche ist in der Nähe der Kirche. Die Kirche ist in der Nähe von Köln. Untertitelung des ZDF, 2020 S-Bahnhof, Ehrstraße S-Bahnhof S-Bahnhof, Ehrstraße S-Bahnhof, Ehrstraße S-Bahnhof 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ragnitha Allee 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 Ragnitha Allee